So, liebe SWN Zuschauer, heute möchte ich euch mal das Späbarmes Schloss vorführen und mit unserer neuen Kamera in 8K heute. So, liebe SWN Zuschauer. Jetzt ein Blick auf das Rathaus in Späbarm mit der Kirche dahinter. Das muss hier wahrscheinlich mal der ursprüngliche Eingang gewesen sein zu dem Schloss. So, liebe SWN Zuschauer. So, liebe SWN Zuschauer. Hier sieht man den Eingang von innen. Ich bin hier im Schloss Innenhof. Die Tür war zufällig offen, aber ich habe gesagt, schaue ich mal rein. Hier noch der alte Brunnen. Es ist doch einfach schön, dieses Schloss. Auch wenn es jetzt schon ziemlich runtergekommen ist und für Besucher nicht freigegeben. Aber ein schöner Blickfang. Jetzt hat man es ja auch ein bisschen freigelegt. Sieht man mehr wie früher. Na, seht ihr, in Corona-Zeiten, da muss man auch mal ein Oldschloss filmen. Ist ja sonst nichts los allerweil. Aber ich hoffe, euch gefällt dieser Film. Wenn er euch gefällt, dann einfach mal einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich unheimlich freuen. Das sieht man jetzt also die gesamte Schlossanlage. So, das waren also jetzt mal ein paar Bilder. Ein kleiner Film vom Schwebäumer Schloss. Ich hoffe, ihr gefällt euch, dieser kleine Film. Und ja, ich kann den Film leider noch nicht so bearbeiten, wie ich das gerne hätte, weil er in 8K aufgenommen ist. Aber es wird schon, es wird schon. Also bis zum nächsten Mal.